aber sie ist ja eine schauspielerin der theater schauspielerin und macht auch chinesische opera wenn ich das richtig in erinnerung habe war jetzt vom gesangstechnischen her dass nicht so ganz meine richtung ist muss ich ehrlich zugeben aber ihr design gefällt mir auch sehr ich werde aber tatsächlich nicht auf sie rollen also ich hätte nicht versuchen sie zu bekommen will von von der art und weise wie sie als support agiert ist sie nicht so ganz meins was die spielweise angeht und ich bin halt schon relativ nahe am peter will jetzt nicht irgendwie schon her dann auf einmal kriegen und muss dann wieder ewigkeiten neue wünsche ausgeben um dann vielleicht den nächsten fünf sterne chart zu kriegen der dann höchstwahrscheinlich ja im micro wird je nachdem wie ihr gameplay dann sein wird aber mal gucken so herr chang was haben sie für uns im angebot und infos oh meinst du war an die kakai nikita und da so ito man dann so no e-line so sein aufzude soma des oka gai stai koto garan des gar sind kaksin do you know Was haben Sie schon gehört? Ja, natürlich. Aber du hast... Ich habe mich zu sagen. Ich bin Unki. Ich kann mich nicht kennen. Aber ich habe schon gesagt, dass mein Vater mit dem Begut zu nutzen. Unki? Ein Begut? Ah! Was ist das? Du bist der Un-Sensei? Ich habe mich nicht gestorben. Ich habe keine Gedanken gemacht. Un-Sensei-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich habe mich gefragt, was ich. Ich werde mich selber machen. Ich habe mich in der Vergabe für die Aufnahme des Reisees. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Zeug. Ich habe es vorhin, Giao-Ko, aber... Sie haben es? Nein, ich habe es noch nicht. Ich glaube, was muss ich dir? Entschuldigung, das ist so. Es braucht zwei Zeig-Tekko-Tekko-Tekko-Tekko-Tekko-Tekko-Tekko-Tekko. Wenn es so selten ist, wie sollen wir es dann finden? Es ist schwierig, w RMV, aber nicht. Nur bei einem großer Beispiel ist es so richtig ausgelenkt. Es gibt viele cooperation, in erreichend ist die Fl wol&e. Tänkousan. So wie gesagt, das ist eine Geschichte von Tänkousan. Tänkousan ist ein sehr guter Ort, und ich weiß, dass es auch viele Menschen lieben. Daher gibt es noch ein paar neue Erkenntnisse. Wenn ihr euch nicht mehr zuerst machen wollt, los geht's! Wir gehen auch bei Nacht raus. Jetzt bin ich aber noch neugierig, was Chichi hier macht. Ganz ab von der Bubu-Route. Die ist so süß. Was machst du hier, Chichi? Ah, gefährlich. Warum Leute evakuieren? Deswegen. Giao-Ko-Ohが言ってた. 海に良くないものがいるって. だから, 人を避難させるため ナナに頼んだ. でも, 誰もナナの言うことを聞いてくれない. ナナ, ここを守ることしかできない. もし, 危険な状況になったら, ナナが前に出て, みんなを守る. あなたたちも 海に近づくないで、 危険だから... 大人の言う事があるので、 何を守ることができるかを知っています。 Ich denke... Das ist ein Wun-Wun-Wun-Wun-Wun-Wun-Wun-Wun-Wun-Wun-Wun. Ja? 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 Ne? Ja? 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 Aber ich höre was. Ich höre was. Da. Gucke mal. Da haben wir doch was. Sternensplittererz. Nummer eins. Eins brauchen wir noch. Da oben ist noch eins. Das ging ja easy. So. Oh. Da oben ist noch ein Schatz. Das ist noch ein Schatz. Ich habe mich im Hintergrund gesehen. Da oben ist ein Schatz. Ich habe mich über das Schatz. Ich habe mich überlegen, dass ich mich überlegen. Ich kann mich überlegen. Wie ist es? Oh, wirklich. Es ist ein Schatz. Ich habe mir nicht geholfen. Herr, hier ist ein Schatz. Oh? Oh? Na no? Schauen Sie jetzt aber Zeit können, was er. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich ist. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich ist. Ich habe das Gefühl, dass du... Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, dass es ein paar Informationen gibt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass es nicht so viele Informationen gibt. Es gibt keine Probleme. Was? Was ist das mit diesem Mann und Shinkaku? Danke. Dann können wir uns fragen. Der Mäishun-Mäishun war nicht besonders für Shinkaku. Ich glaube, es ist kein Problem für Shinkaku. Ich denke, es ist kein Problem. Ja, ich glaube, selbst wenn der böse Absichten hätte, Shenle kann sich schon gut selbst verteidigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass genau das hier das Dorf ist, aus dem sie kommt, wo sie damals sich dann dementsprechend freiwillig gemeldet hat. Und er ist ein, ja, logischerweise Bewohner des Dorfes, ne? So, der vielleicht sogar gesagt hat, hier, lass mal opfern und so. Wer weiß, wer weiß. So, da ist der Hinweis. Wir nehmen aber einmal nochmal das hier mit. So. Und dann gucken wir mal. Protokoll zum Dorfumzug. Und dann, wenn wir hier im Osten des Dorfes ein Exorzistenfamilie, aber nach etwa zwei Wochen starb die Mutter an einer Krankheit. Die kleine Tochter wurde vermisst und kurz darauf erhängte sich der Vater an einem Baum im Hof seines eigenen Hauses. Alter Falter. Es wurde bestätigt, dass die Überriste eines bösen Arkons in dem Dorf gefunden wurden. Dorfbewohner sind in Panik, da niemand sicher ist, ob die Überriste des bösen Arkons endgültig verschwunden sind. Sei vorsichtig, wenn du dich in diesem Gebiet aufhältst. Oh. Düster, düster. Hm. Hab ich ja gesagt. Hier in der Nähe soll direkt... Oh. Jetzt bin ich ja. Eigentlich klemmt hier in der Nähe soll direkt noch ein Inverse sein, angeblich. Aber wo denn? Da. Boah. Zerrissene Aufzeichnung. Der Arzt hat gesagt, du seist schwer krank. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles geben, was ich habe, um dich zu retten. Mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie du immer erschöpfter wirst und deine Krankheit nicht mehr zu behandeln ist. Wie sehr wünschte ich, ich könnte den Schmerz für dich ertragen. Du hast gesagt, dass du in diesem Leben nichts bereust und dass du dir nur wünschst, dass ich mich gut um Shenhe kommere. Aber wenn du mir... Wenn du nichts bereust, warum die Tränen? Ich weiß nicht, was in... Was ich in letzter Zeit getan habe. Obwohl ich noch atme, fühle ich mich komplett ausgelaugt. Ich habe alle alten Texte gelesen, die ich in die Finger bekommen konnte, um nach Wegen zu suchen, dich zu retten. Aber es ist völlig sinnlos. Endlich habe ich es gefunden. Es war Ming-Jun. Ming-Jun? Ming-Jung. Er hatte das Buch, das dich retten konnte, versteckt gehalten. Ich nahm es und folgte den Anweisungen, um einen Gott zu beschweren und einen Opfer darzubringen. Der Gott erschien. Ich sagte ihm, dass ich bereit sei, mein Leben gegen deines zu tauschen. Er schwieg und zeigte nur auf unsere Tochter Shenhe. Der Gott sagte, ihr Schicksal sei es, den Flug des Unheils zu tragen und dass sie dazu neige, denen, die ihr nahestehen, Schaden zuzufügen. Der Gott sagte auch, dass sie vielleicht sogar die Ursache für deinen Tod war. Da es nun einmal so war, dachte ich, ich sollte... Ich habe sie in der Höhle zurückgelassen, die der Gott erwähnt hat. Drei Tage sind vergangen und immer noch keine Nachricht. Das Warten macht mich unruhig und ein unheilvolles Gefühl befällt mich. Es tut mir leid, meine Liebe. Verzeih mir. Du auch, Schöne. Bitte verzeih mir. Wie dumm ich war. Wie blind. Ich mochte mich bei euch beiden entschuldigen. Persönlich. Möchte. Nicht mochte. Das ist wahrscheinlich der... Tatsächlich der... Stimmt, ja. Nee. Quatsch. Ming Jun, Onkel Ming Jun und... Sprache. Onkel Ming Jun hat sie ja eben gerade den alten Mann da vorne begrüßt. Also ist das wahrscheinlich der, der das Buch versteckt hat. Also nicht der Vater. Jetzt ist nur die Frage, wo... Wo der Vater denn? Ach nee, jetzt stimmt. Der hat sich ja hängt. Glaube ich. Das war ja das, was wir da vorgelesen haben, ja. Das ist die wahre göttliche Jungfrau der Verwüstung, vermute ich. Ja. Ja. Vielleicht ist es eine Frau von Geki, oder? Wenn ich mich überraschend, hat es ein bisschen wie ein Zehn-Lin. Und das ist es, dass sie ihre Geschmacken sind. Als sie mit ihr gesprochen haben, hat es eine Verzweiflung gegeben. Ich habe es etwas schneller zu erkennen. Und ich kann es wissen, dass die Frau von Geki aus dem Geki kam. Geki, die Frau von Geki kam, war die Frau von Geki, Das ist das, was sie. Sie hat sich nicht auf die eigene Mutter geplant, sondern hat sich nicht auf die eigene Mutter geplant. Ah! Was ist das, was diese Geschichte geplant? Das ist wirklich ein Schuss. Die Frau hat sich nicht so viel zu bemerkt, so ich habe es nicht so gesagt, dass sie so gesagt haben. Ach, da hinten müssen wir noch weiter suchen. Oh, ganz, ganz kleiner Punkt da oben. Da, im Häuschen. Ich dachte, wir mussten schon zurück. Verschiedenes über Steine und Felsen. Die in Geheimessenzerz eingravierte Magie lässt sich nicht so leicht nach. Irgendwie habe ich es heute mit dem Schreiben, mit dem Reden, um Gottes Willen. Manche glauben, dass dieses Gestein eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten ist. Geheimessenzerz zu finden ist jedoch nicht einfach. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Legende besagt, dass du Geheimessenzerz finden kannst, wenn du in der Dämmerung in der Mitte des Sees südlich des Tianhenberges stehst und in die Richtung der untergehenden Sonne schaust. Oha. Ja, in der Dämmerung in der Mitte des Sees südlich des Tianhenberges. Dann in die Sonne gucken. Wie gesagt, ich gehe in die Sonne nach dem Tänkosan in den Tänkosan in der Mitte des Sees südlich des Tänkosan. Wenn du in die Mitte des Sees südlich des Sees südlich findest, dann sieht man die Schäden aus. Also alle Sonnenbrillen einpacken und dann in die Sonne glotzen. Mal gucken, ob die beiden sich schon ausgesprochen haben. Mal gucken, ob die beiden sich schon ausgesprochen haben. Ich habe immer nächsten Mal den anderen Mulhern en den Tor. Ich habe auch wieder nach dem Satellet 對, ich nehme mir diesen Tool. Es crust. Ich habe meinen Augen, aber mit einem fücheren.